Moin ihr Baggerlooten und Lavataucher. So, wir sind jetzt hier wieder an der gleichen Stelle. Auf hoffen, dass es jetzt klappt. Ich hab... Es war ein wenig her mit dem letzten Speicherstand, aber das ist gar nicht das Problem. Das kriegen wir alles irgendwie hin, ne? So, also pass mal auf. So. Nein, es war zu weit. Nein, auch nicht zu weit. So, genau. Langsam höpfen, Stück für Stück. Dann kriegen wir dann auch alles irgendwie hin. So, schön. Jetzt bin ich hier. Ist denn hier irgendwie was los? Hallo? Komme ich da hoch? Ne, ne? Da komme ich noch nicht hoch. Also auch nicht noch nicht, sondern gar nicht. Da muss ja irgendwie... Hä? Ich muss ja doch irgendwie hochkommen. Sag mal, Leute, was soll denn... Hallo? Ne, Tatsache. Ich komme hier nicht hoch. Ach, scheiße. Ist es halt einfach so nach dem Ding, dass das sowieso der Rückweg ist? Ach, super. Okay. Also, wenn ich da diese Jump-Events da irgendwie verkacke an der Stelle, ist das hier sowieso nur der Weg für mich. So, komm. Einmal ganz rüber. Ganz rüber. Ja, super. Und da nochmal. Super. Geht doch. Das heißt, ich muss diesen Sprungweg, den wir jetzt gerade gemacht haben, jetzt als Rückweg nehmen. Und dann versuchen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Aber ich bin ja jetzt mal hoch. Da. Jetzt... Ach, komm schon. Stell ich doch nicht an. Dankeschön. Oh, ich fein höre ich hier die ganze Zeit auch irgendwelche Geräusche. Oh, was ist hier denn los? Das ist doch auch nicht normal hier, oder? Das sieht mir hier irgendwie ganz schön ungesund aus. Und ich höre hier irgendwelche komischen Sachen irgendwie... Oh mein. Was ist hier los? Warte mal. Spielspeichern. Spielspeichern. So, scheiter. Dann kann ich den nicht benutzen. Doch, jetzt kann ich ihn benutzen. Dreh mal. Äh, ist das normal? Ist das normal? Hallo? What? Was ist denn hier los? Hallo? Ah. Und was das hier ist? Ist das hier der Beschwerdekasten? Hallo? Beschwerdekasten? So, damit holen wir den wieder runter. Ich hab das Gefühl, ich häng hier so ein bisschen im Boden. Hallo? Hallo? Gefällt mir gar nicht. Hallo? Hm. Sollte ich hier reingehen? Sollte ich das tun? Sieht mir das nicht eher wieder nach so einem blöden fucking Kampf aus? Pass auf. Okay. Oh, im Wasser? Ich will jetzt nicht im Wasser sein. Ich will hier jetzt nicht im Wasser sein. Tür auf, Tür zu. Irgendwelche komischen Viecher. War ich das? Ja. Hier ist aber auch nicht wieder so ein Zeichen von wegen irgendwo gegenballern, ne? Ne. Ich kenn hier nirgendwo gegen... Oh. Ein Scheiter links, ein Scheiter rechts. Rechts. Rechts bedeutet Tür zu und links bedeutet wahrscheinlich Tür auf. Dann würde ich jetzt mal hoffen, dass ich jetzt richtig gedacht hab und links den Scheiter betätigen muss. Na, links bedeutet Dämon. Hab ich Lust auf einen Dämon? Ich glaube, ich habe keine Lust auf einen Dämon. Aber es gibt ja auch Erfahrungspunkte, ne? Machen wir mal. Nachdem ich gespeichert habe. Moment. Wie speichern? Nachdem ich gespeichert habe. Besser ist. Wir kennen das ja. Da wird der... What the... Nee? 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 Mein Crawler. Oh Gott. Ganz schön viele davon. So. Ein, zwei, drei Gangs viele. So. Okay, komm. Mami und Papi habe ich kaputt. Wo bist du jetzt hin? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der da hochgelaufen? Ey. Ich will da auch hoch. Mann. Was soll denn das? Diese scheiß fadenflüchtigen Mistratten. Okay, dann will ich aber die andere Seite nochmal aufmachen. Aber warum komme ich denn da nicht hoch? Das ist ja kacke. Okay, ich könnte mich vielleicht als Blutfliege verkleiden. Ja, genau. Verkleiden. Das war genau das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt habe ich noch mehr Gegner kommen lassen. Aber dafür habe ich andere Türen geöffnet. Ich hoffe, ich habe die geöffnet und nicht noch irgendwie geschlossen. Oh Gott. Das wird ganz schön auf die Nuss geben für uns. Die Tür ist aber... Ach doch, die Tür ist wieder auf. Oh, komm ran da, Baby. So, komm, das ist meine leichteste Übung. Links, rechts, links, rechts, außen, Handgelenk. So funktioniert das. Ah, man könnte mal versuchen, da halt hochzukommen. Ich will erstmal kurz gucken. Moment. Achso, da halten wir wieder Licht. Komme ich hier nicht runter? Ne, ne? Hier ist nichts. Ne, ne. Okay, das ist interessant. Sollen wir da hoch oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, da kommen wir nachher wahrscheinlich von irgendwo anders runter. Obwohl, das war der einzige... Ne. Pass mal auf. Ich glaube, wir... Was ist alles so... Immer so schwierig? Pass auf, wir haben die Zauber. Warum sollen wir sie nicht nutzen, ne? Also, aber erstmal möchte ich sie gerne mal sehen hier. So, kann ich sie jetzt sehen? Kann ich sie... Hallo, ich würde gerne mal meine Zauber sehen. Darf ich sie da sehen? Darf ich sie hier sehen? Ah, gut, geht auch. So, wo sind Verwandlung und Blutfliege? Darunter haben wir noch ein paar. Okay, dann nehme ich mal den... Die Teleport... Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen wichtig, ne? Heilunglicht. Feuersturm. Da! Fuck auf Blitz! Blitz for the loose. Verwandlung und Blutfliege. Kapasterfliege. Yay! Und damit kommen wir doch bestimmt hier links und rechts hoch, ne? Hat er sich gedacht, hat er sich das? Und was ist hier? Außer Dunkelheit? Okay. Wie sehen Sie, sehen Sie nichts? Toll. Im Ernst? Haben wir jetzt so einen blöden Zauber dafür? Maledeiter oder was? Und hier oben? Äh. Äh. Ne. Ja, geil. Großartig. Toll! Wunderschön! Hat sich ja gelohnt, hat sich das. So, zurück verwandeln. Nicht umdrehen. Fünf. Mach Licht an. Die Leute sehen doch nichts. Mensch, die Leute wurden auch was sehen hier. Mann. Hört ihr diese Geräusche? Also außer das hier jetzt. Ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwelche Dinge höre. Vielleicht höre ich auch einfach nur Stimmen. Das kannst du ja auch haben, ne? Weiß man ja nicht. So, eine Etage hoch, bitte. Hm. Vielleicht sollte ich mir Gedanken machen über das Rauschkauf, was ich immer zu mir nehme. Ich glaube, das ist auf Dauer vielleicht gar nicht mal so gut. So. Okay. Ne, da würde das nicht weitergehen. Ich muss tatsächlich schon hier lang. Da oben ist das. Ach, scheiße. Guckt mal. Komm ich da an irgendjemanden ran? Ne, ne? Oh. Das wird doch nie was. Wird das doch nicht. Nicht so weit, nicht so weit. So. Und wie zur Hölle? Wie zur Hölle. Warte mal. Wie ist jetzt nochmal die Gentaste? Das ist die Gentaste. Oh. Aha. Okay. Okay. Ich glaube, dann hüpfe ich da gleich mal rüber. So. Den ersten kriegen wir vielleicht schon so. Der hat sich selber einen Toten stürzt, oder? Ist er tot? Och du! Hilfe! Das ist doch nicht euer Ernst! Hoch da! Hoch da! Nein! Lass mich hier ruhen, lass mich hier ruhen, lass mich hier ruhen. Lass mich hier ruhen! Hab ich dich nicht schon mal in den Staub getreten? Ne, eigentlich nicht. Hast du nicht. Ne. Gott! Wo sind wir denn hier hin? Ach, hier sind wir. Ach, das ist ja mal schön zu wissen. So, verfolgt ihr mich weiter? Pass auf. Ja, geil. Guckt mal. Das ist doch eine Idee. Da kann ich die Leute so ein bisschen ranpolen. Kommt doch mal her hier. Jungs, seid ihr noch da? Bock aufs Spielen, oder was? Ja, geht doch. Genauso. Kommt doch mal lang. Kommt doch mal her da. So, pass auf. Dann hüpfe ich jetzt mal hier hoch. Dann lege ich das von da oben. Oh, oi, oi, oi. Der Ball, der zaubert nämlich ganz gerne, ne? Das macht mir auch viel mehr Spaß. He, he, he. Einer habe ich auf jeden Fall getroffen. Mir ist egal. Okay, das war daneben. Das war aber Absicht. Das war eine Warnchance. So, seid ihr eigentlich noch da? Habt ihr noch Bock? Sag mal. Hallo. Wo sind die andere jetzt? Da ist er. Komm, beweg dich, aber so, dass ich dich treffe, bitte. Komm schon. Oh, Mensch. Lockt doch nicht jemand ein, wo ich dich nicht treffe. So, jetzt. Oh, Mann. Mensch, was soll das denn? Junge, das ist doch nicht dein Ernst, oder was? Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Oh, Gott. Ich bin runtergefallen. Der olle Klumpfus. Ich bin schon wieder gestolpert. Amiru. Geh doch nach Hause. Ich wollte doch nur den Wachtturm verkaufen, Mensch. Haha. Gott sei Dank bist du zu blöd. Zu blöd für dich, dass du kacke bist. So, trinkst du einen der guten Heil-Mana-Tränke hier. So, wo ist er denn denn? Da ist er. So, komm. Haha. Aber den trifft er nicht nochmal, ne? Komm, lauf weiter. Mäuschen, lauf. Komm, dreh deine Runden. Geh doch. Das war von Anfang an so geplant. So, die haben aber auch nur so einen Scheiß-Staff dabei. Die haben nichts an... Ja, das ist wie... Es ist kein Wunder, dass ihr hier irgendwie... ...so kacke seid, ne? Weil ihr kriegt auch nichts. Kalömmchen, der spendiert euch nichts. Na, keine anständige Ausrüstung da. Na, gibt ja auch so eine... Es gibt so ein super Buch. Endlich Raucher. Das ist die Satire-Adaption halt von dem Endlich-Nicht-Raucher. Das ist super. Ach, erstmal gleich eure Dinge hierhin gequatzt oder was. Ähm, das ist total geil, das Buch. Ach, oh, scheiße. Geht das schon wieder los? Ja, hüpfen. Hüpfen. Umdrehen. Und machen. Und nochmal. Komm, direkt hinter... Geht doch. Und in diesem Buch... ...gibt es die Theorie, wie gesagt, Satire, ne? Denkt jetzt nichts Falsches. Ähm, dass wir den Zweiten Weltkrieg nur verloren haben. Also, die Deutschen. Weil, ähm, wir halt nur zwei Zigaretten am Tag bekommen haben, unsere Soldaten. Währenddessen die Amerikaner halt, ähm... ...jeden Tag mindestens eine Schachtel irgendwie Marlies oder keine Ahnung welche. Die da... Irgendwas hatten die wohl da. Was weiß ich. Oh, Tempelwächter erst. Attacke. Weiter. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. So, das sollte reichen, denke ich. Ja, wunderschön. Oh, den hat er ihn sogar so erwischt, dass er sich bewegt. Wunderschön. Und rauf da. Ah, so langsam wird's doch was. Schön ist das. Schön! Ein paar blöde Dinge hier vorn. So, alles klar. Ich hab schon lange nicht mehr gespeichert. Let's Play Speicher 1. So, warte mal. Hier waren doch jetzt aber irgendwelche Viechers, oder? Wollte grad sagen, ich hör doch schon wieder irgendwas. Wow. Okay, das soll ein Crawler sein. Da ist eine Spruchrolle und ein Trank. Ich glaub, das ist Heilung. Ist da, äh, Tränke hier? Sind das... Kann ich... Hallo? Kann ich euch kriegen? Hier, irgendwie? Ja! Ja, Tränke, pass auf! Pass auf, Tränke. Tränke, Tränke, Tränke. Wie muss ich die Maus hindrehen? Wie muss ich die Maus hindrehen? Komm, ich will diese Tränke haben. Das sind irgendwelche tollen Tränke. Mann! Nehm nicht! Scheiße! Könnt mich mal. Und da ist anscheinend... Geht das da weiter? Ich bin ja immer so neugierig, ne? Ja. Ich glaub, das war mal ein Zeltplatz. Oh, warte mal. Und hier war noch gleich Dämon, oder? Keine Lust auf Dämon. Trollfaust. Warte mal, das ist ein Schalter. Wenn ich den hochhebe, passiert was. Das weiß ich. Das hat doch diese eine Zeichnung uns da vorhin gezeigt. Wenn ich mich nicht gerade ganz täusche. Aber ich glaube, das wird ganz witzig. Pass mal auf. Guck mal, was haben wir da? Elixier der Geschicklichkeit. So, Lebensenergie noch mal wieder ein bisschen drauf. Links hier des Geistes. Stärke. Oh, jetzt will ich nochmal wissen, was haben wir denn jetzt eigentlich schon für Werte hier mittlerweile? 77 Stärke. Ei, 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 ei. 39 Geschick. Obwohl wir noch nicht einmal wirklich Geschick gelernt haben. Das ist gar nicht doof, ist das nicht? Das ist ein bisschen witzig. So, haben wir denn hier nicht irgendwelche tollen Waffen? So Einhänder? Mal Einhandwaffen nochmal gucken. 70. Gardistenhand. Warte mal. Äh, warum habe ich den eigentlich ausgewählt? So. Den können wir tragen. Die Gardistenhand. Sehr geil. Die ist auch noch geiler als unser Todbringer hier. Einfach mal. Oh, es schockt schon. Das ist super. Kühl, der klingelt. Ja, ist ganz witzig. So, pass auf. Ich weiß, das ist eine doofe Idee. Deswegen speichere ich auch wieder vorher. So. Moment, ich sollte hier irgendwas hinlegen, glaube ich, ne? Ja, dann würde irgendwas passieren. Ich glaube, da war was. Ich weiß das nicht. Wollen wir mal gucken. Was ist denn da? Kriegerstimme Trollfaust. Oh, hat auch eine Zwanenwaffe. So, und hier waren doch jetzt... Noch nicht, aber jetzt. Wow, was ist... Scheiße. Scheiße, ich glaube, ich habe den Dämon angegriffen. Das wollte ich doch nicht. Oh Mann, nein. Nein, nein, nein. Scheiß die Wand an. Ist das schön hier. Bleib stehen, du Luder. Also ich nicht, sondern er. So, und jetzt. Boah, ich hoffe, da kommt jetzt nichts anderes ran. Kein anderes böses Vieh. Ja, okay. Ja, in Ordnung. Na komm, machen wir hier so ein bisschen Kentucky Fried Chicken. Ei, 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 ei. Und es ist immer noch wie beim ersten Mal. Liebe ist... Wenn du einen fanatischen Templer dittst. Und ihn flambierst und ihn grillst. Das schockt schon hart. Oh. Ich weiß nicht. Ja, Tatsache. Tatsache. Den hatte ich vorhin angegriffen. Haha. Okay. Schnell, 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 schnell. Gut, dann passt das auch. Komm, 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 komm. Dann machst du den Kapaz da. Und jetzt, das rein. Ja. Oh, da... Die tauchen in Rudeln auf. Die tauchen in Rudeln auf. Lauf, lauf. Der ist immer noch hinter mir bestimmt. Oder? Nee, ist er nicht. Haha. Kacknacken. Kacknacken. Du kannst gar nichts. Hallo, wo bist du? Hallo. Wo ist denn der jetzt? Hallo. Okay. Pass auf. Jetzt aber flotter. Nee. Das... Das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Haha. Der kann nicht um Ecken schießen. Das ist noch nicht so sein Ding. Und er kann nicht um Ecken fliegen. Haha. Gott sei Dank ist er Kacke. Haha. Wunderschön. Wunderschön. I'm your wonder man. Bam. Boah, hallo. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist gerade nix. Doch, da ist noch was. So, der kommt da doch nicht durch, oder? Der kommt da doch nicht durch, will ich hoffen. Wenn doch, dann habe ich ein Problem. Haha. Oh, ich liebe es. Sag, komm, den Rest machst du hier mit. Boah, brauchen die nicht mal. Oh, okay. Das ist aber okay für mich. Da habe ich kein Problem mit. Hier ist keiner drin, ne? Nee. Uns fehlen noch zwei von diesen komischen Typen. Wir sind hinten auch noch nicht so einen Weg lang gegangen. Fanatiker, Fanatiker, Fanatiker. Okay. Ich habe das Gefühl, hier geht das... Ich glaube, wir sind hier viel zu weit. Das sieht mir irgendwie so aus, als sollten wir hier noch nicht hin, oder? Ich weiß das nicht. Ich weiß das echt nicht. Da unten geht das, glaube ich, nicht lang. Oh Gott, Leute. Also, so ein bisschen mehr lineare, ähm... Ne? Krash, Barak, Ura... Ja, das ist... Ja, ich habe doch gerade gespeichert. Ja, das ist hier auch einer von denen, aber das ist okay. Deswegen, ich greife den noch nicht an, weil ich nämlich trotzdem noch diese Sprachsequenz haben will von ihm. Aber ich akzeptiere... Oh, da hinten, der guckt schon böse. Da ganz hinten, der guckt schon böse. Ich habe die falsche Waffe. Pass mal auf, kann ich noch... Okay. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Na... Ach so. Ähm, also ich drück nichts. Ähm. Ja, gut, okay. Also von mir aus, dann eben kein Problem. Okay, das bringt dem wahrscheinlich nichts. Äh, warte, kann ich den noch nicht angreifen? Kann das angehen? Verdammt. Huch. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Äh, äh... Nichts wie weg hier. Das habe ich mir auch gedacht. Weg. Weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weg. Hilfe. Mami. Wo kommt der denn weg? Warum ist denn das Viech jetzt da? Das hat hier nichts zu suchen. Hallo? Und du bleibst da hinten, ne? Okay. Das ist in Ordnung. Ja, dann kann ich so damit leben. Also besser, als dass ich tot bin. Ich kann besser leben, als wenn ich tot bin. Habe ich mir sagen lassen. So. Schon wieder nicht. Mann. Okay. Pass auf. Haben wir da einen Tagebucheintrag jetzt bekommen für? Scheint kein untoter Ork-Schamane wie die anderen zu sein. Es ist... Er ist weitaus mächtiger. Ne, es ist weitaus mächtiger. Und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden. Und ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist, als alles... Äh, als alles andere ist. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nämlich der Hinweis, den wir brauchen. Aber... Ich laufe nochmal auf der anderen Seite lang. So, warte mal. Genau. Ja, das ist soweit richtig. Oh, ich muss mich orientieren. Ich muss mich ganz stark konzentrieren. Weil ich... 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 Verliere hier die Orientierung. Das ist halt das, warum ich sage... Ich muss mich orientieren. Hm. Moment. Da waren wir auch noch nicht. Ja, pass auf. Da laufe ich erstmal jetzt hier lang. Trifft der vielleicht sogar? Ach du Scheiße. Hoher Tempelwächer. Das ist kein Problem. Den bringe ich mal hier her. Vielleicht trifft der ja da durch. Da hätte ich... Nein! Die Erfahrungspunkte! Gut. Sind meine. Das wäre ein bisschen gemein gewesen. So, speichern. Rein da. Wupp. Immer schräg höpfen. Wupp. Wunderschön. Hallo? Wo sind wir jetzt? Hallo? Äh... Äh... GZ? Haben sie irgendwas anzumelden? Äh? Was war denn das denn von dem Geräusch? Ach, das sieht ja... auch einladend aus hier. Ja? Kann man... Kann man das so sagen? Einladend? Ich fühle mich so ein bisschen wie zu Hause. Nur zu Hause ist es nicht ganz so aufgeräumt wie hier. Traurig aber wahr. Traurig aber wahr. So, wie weit kann ich denn weg von dem? So, das heißt noch einen Schritt ran. So, jetzt. Immer möglichst viel Abstand zwischen dir und den Feinden. Und dann funktioniert das auch meistens. Auf den Kopf. Sehr gut. So, und da hinten ist auch noch einer. So, komm. Hoher Tempelwächter. Der burnt ein bisschen. Das ist super, aber... So, und rauf da. Ja, guckt mal, Freunde. Oh, wer ist der geilste... Feuerzündler-Pyroman-Sack hier im Land? Mein Knob! Yay! Das ist doch auch ein Weg da. Pass mal auf. Das Mokwi jetzt. Das Mokwi. Ich werde sowieso sterben. Definitiv. Oh. Oh, guck mal, da unten. Komme ich da ran? Ja, guck mal. Tempelwächter, da komme ich sogar schon ran. Das kann ich von dir erleben. Bleib. Du bist meine Erfahrungspunkte. Den trifft er auch. Schön. Schön. Ja, da unten krepiert noch ein bisschen was. Das ist okay. Das machen wir später. Ach, das war... Moment. Okay, das hat mich ein wenig erschrocken. Okay, das weiß ich. Das ist der andere Weg. Ich glaube, dann war es das auch fast mit allen Wegen, die wir hätten laufen können, ne? Boah, sag mal, was ist denn hier los überall? Aber was habt ihr eigentlich für Aufträge hier? Sag mal. Ich denke nicht, dass ich dich erst angreife, wenn die Leiter da oben ist. Du bleibst da. Bring dich nicht um. Meine Erfahrungspunkte. Ach nee, doch nicht. Irgendwo hier läuft der vielleicht noch rum. Oh, pass mal auf, da hinten ist aber auch noch einer. Oh, großer Gott. Bitte lass den anderen jetzt nicht von irgendwo anders auftauchen. Das wäre ganz ein Arsch. Nein, bleib da. Ah, nein. Du Arschloch. Mann. Wie kacke du bist. Unten. Oh, Mann. Ich hasse suizidale Orkschamaren des Todes. Die klauen mir immer mein Nutella. Ich hasse es, wenn sie so was tun. Ich hasse es. Hallo? Ähm. Oh Gott, der kommt da vielleicht sogar raus. Nein, du bleibst da schön drin. Du bleibst da schön drin, Freundchen. So, und den Rest? Nee, der bunt. Doch. Und noch eine Stufe. Hallo, ist hier noch was? Natürlich ist da noch was. Ist doch ganz klar. Kann ja auch nicht reichen. Ich glaube, als Krieger war das nachher gar nicht so, das Ding. Wenn man sich da irgendwie, also als Magier, bist du echt der Himmel am Schluss? Mach jetzt lo... Mach... Oh, ist das jetzt dein Ernst? Junge, ey. Komm. Oh, so. Oh, bitte lass mich nicht sterben hier. Halt die Fresse. Na, komm. Geht doch. Heieiei. Seht ihr? Geht doch. Es funktioniert. Weil wer's kann, ne? Der kann's. Heieiei. Ich bin immer noch total so ein bisschen in... Nein, nicht in Rage, sondern so... Ach, so ein bisschen aufgeregt halt wegen dem Livestream, den ich halt vorhin gemacht hab, ne? Also heute ist quasi, ne, Donnerstag der siebte und das war schon ganz schön witzig. Es war echt ganz schön witzig, dieser Livestream. Und das war total aufregend auch für mich irgendwie. Ich fand's super. Mir hat's wirklich super Spaß gemacht. So. Was passiert jetzt? Bitte nicht irgendwas spawnen lassen oder so. Lass mich schnell raus hier. Ich will raus. Ne, oben ist das noch nicht. Ne, hier ist relativ wenig los. Der Boden ist schwarz. Oh, oh. Da steht wieder ein Kollege Schnischo. So, pass auf. Und jetzt stelle ich mich so hin, dass der nicht wieder hier Suizid umgeht. Geht ja einen Erfahrungspunkt haben. Ja, geht doch. So soll das sein. So, nee, anders. Krus war Rock, Alter. Alter, Krus war Rock. Oh, hier werden doch wieder irgendwelche Viecher sein, ne? Natürlich. Natürlich. Niederer Dämon. Ja, ich werfe Feuerwelle. Oh, ich hab was anderes getroffen. Das ist auch okay für mich. Das ist auch okay für mich. Also, solange ich hier irgendwas kapallt habe, ist das in Ordnung. Wäre halt nur doof, wenn halt da nichts passiert. So, nur aber. Boom, den triffst du. Ein bisschen rechts vorbei. So, ein bisschen auf Flanke geschlagen. So, jetzt noch ganz schnell einen. Komm, bevor du dich bewegst. Gut. Noch einen. Was brauchst du denn noch, man? Geht doch. Ich hoffe, das waren die einzigen beiden. Oder ist hier jetzt natürlich ein dritter drin, oder? Oder, oder, oder? Na, sieht mir nicht so aus. Nee, dann ist das okay. Nee, okay, alles klar. Das darf so sein. Das erlaube ich euch. Das darf. Ich will hier aber noch irgendwie so ein Mistding auch noch so ein bisschen rumpoltern. Oder ist das die fette Nachbarin von oben? Wum, wum. Godzilla, Godzilla. Ah, können doch die fette Nachbarin von oben sein. Na, na, na. Das Fett steht ihr zu Gesicht. Ich höre wundervoll, überhaupt nicht verstörende Geräusche. Oh, mir geht gut. Sag mal, hab ich noch eigentlich Mana? Ja, hat er. Aber ein, komm, ein Schlückchen trinkst du nochmal, ne? Schlückchen zu Ehren. Kann niemand verwehren. Ich hasse Bären. Die tun mir immer weh. Also so, schwache Bären. Oder braunen Bären. Ne? Und los. Dein Ernst? Geht doch. Brauchst du erst nochmal eine Gedankenschelle? Gott sei Dank hat er mich getötet. Haha. Ja, und? Na? Hallo? Ja, einer. Und, ja, warte mal. Ne, ich hab nur einen gesehen. Schau auf da. Oh, wacke ich gar nicht, dich dahinter, dieser Kante zu vermupseln da, du Vogel. Nein, bleib stehen. Renne. Was soll denn das jetzt? Ey, Mäuschen, stell dich doch jetzt nicht so an. Nein, nicht auf den Scheiter. Was soll denn das? So, luft. Klatsch. Aber das war jetzt, glaube ich, echt der Einzige hier, oder? Ja, zur Abwechslung nochmal ein bisschen weniger auf dem Letzten. Das ist ja auch schon mal schön. Und weh, ich musste die jetzt in irgendeiner gewissen Reihenfolge, die ich jetzt nicht eingehalten habe, betätigen. Das wäre ein bisschen ein Arsch. Aber da vorne gibt's Loot. Loot für die Welt. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Brücke, zieh dich hoch. Brücke, hoch mit dir. Schalter. Oh, das ging ja auch schnell. Hätte eigentlich gern gesehen, wie das funktioniert hätte. Aber okay. Das ist okay. So, da vorne war Loot. So, Tränke nochmal. Oh, sind das irgendwelche Special-Dinger, oder was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier sind wunderschöne Orks, die sich wohl auch schon ihre Kochhörnes gegrillt haben. Das weiß man nicht. Man weiß das nicht. Jetzt müssen wir einmal um diesen ganzen Pudding hier laufen. Lava-Pudding. Passt. Lava-Pudding. Wurde mal einen Schluck zu trinken, habe ich gerade gemerkt. Lava-Pudding oder Magma-Pudding sind Feinde, oder Gegner aus Secret of Mana. Fällt mir gerade ein. Also passt das ja. Ja? Also, Secret of Mana. Rollenspiel. Gothic. Rollenspiel. Pudding einmal hier im Kreis laufen, um dieses ganzen Ding drumherum, in der Mitte. Lava, Magma. Ja? Ihr versteht schon, ne? Also sowas, ne? Käpt'n Offensichtlichheit. Da unten ist meine Waffe, da ist einer von meinen Experience verkackt. Mann! Wie schwing. So. Bevor wir in die, in diese herzlich einladende Gruft irgendwie hineinspartieren, muss ich euch leider vertrösten auf die nächste Folge, aber ich glaube, in der nächsten Folge werden wir tatsächlich wieder kurz rausgehen. Hier werden so ein bisschen Stuff noch tun, an der Außenwelt ein bisschen frische Luft schnappen, dann hier runtergehen und ein für allemal Ende machen. Können vielleicht auch noch ein, zwei Folgen mehr dauern. Aber auf jeden Fall, denke ich, nächste Folge gehen wir raus. Liebe Leute, winke, winke, ciao und tschüss.